moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die akumen herausforderung der wache 5 lösen könnt leute und zwar wird diese erst am nächsten donnerstag erscheinen aber ich zeige euch jetzt schon mal wie ihr die lösung wo ihr sie lösen könnt ja leute so leute um dann die fünfte wochen herausforderung zu lösen müsst ihr dann hier hinten auf der karte wo ich euch markiert habe seht ihr so bei dem korallen riff hier ein bisschen weiter oben seht ihr so eine graue markierung das ist ein felsen leute im wasser bei a2 da müsst ihr dann hinfliegen so wie ihr seht unter mir ist dieser felsen jetzt so leute hier oben auf dem felsen genau hier wird sich dann der dreizack von aquaman befinden diesen hebt ihr auf und schaltet somit aktuell frei ich werde euch das jetzt noch mal aus der wiederholung zeigen weil dort sieht man den dreizack so leute wenn ihr dann alle fünf herausforderungen habt und den aquaman skin nun besitzt dann fehlt euch nur noch der stil und zwar der alpha carry stil diesen bekommt ihr indem ihr eine bestimmte hauptmission erledigt die auch hier drunter steht wie und wo ihr diese aufgabe erledigt verlinke ich euch noch mal in der video beschreibung ansonsten war es das mit dem video falls es euch gefallen hat leute lasst ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo da gelassen haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal